Und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Es wird jetzt sehr, sehr, sehr laggen, weil ich an der Tierfarm bin. Ich wohne direkt an der Tierfarm, das ist übrigens nicht so cool, weil dadurch mein Spiel immer todesheftig lag. Und ich räume gerade Kisten aus. Fuck, 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 fuck. Okay, ich muss gleich mal Skype beenden, das lag gerade zu sehr. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zurück mit neuen FPS. Oh, das ist richtig schön. Ich muss jetzt mein Haus mal kurz durchsuchen, ob ich noch Kisten irgendwo hab. Ich weiß, 40 Minuten haben wir ungefähr weg. Kommt das hin? Nein. 50? Den oder so? Ähm, Moment mal. So, ähm, Aufnahme wieder an und ich ändere mich jetzt. Hallo, die Aufnahme läuft auch schon wieder. Okay. Ich muss jetzt nur gerade ganz kurz... Och, meine Maus hängt. Ich muss jetzt nur gerade einmal ganz kurz in die Küche. Hier wird mich grad essen gemacht. Ich muss mein Haus mal wieder fixen. Dein was? Mein Haus. Das mach ich, wenn... Was musst du da fixen? Naja, ein bisschen Glas fehlt hier und da... Stufe. Das mach ich aber, wenn du aufnimmst, weil, äh, ich kann mit meinem Haus kaum was machen. Ich hab hier 11 FPS, dank deinen Viechern. Danke. Ich hab hier jetzt davon geschlachtet schon. Ja, deshalb hab ich wieder 11 FPS. Vorher hatte ich 6. In der anderen... In der restlichen Stadt hab ich 20 FPS... Alter, sehen die Wege geil aus. Hast du gut gemacht, Jörg? Danke. Ja, Jörg hat nämlich, äh, Wege gebührt. In der Zeit, in der ich weg war. Das sieht verdammt geil aus. Du brauchst was zu essen. Ich? Ja. Wieso? Wie viele Stacks brauchst du? Wieso? Äh, geh, geh, geh mal bitte nach oben und guck in die Kiste ganz links. Brauchst du Ofenkartoffeln? Tschüss. Ganz links die Kiste. Hab ich schon. Willst du, willst du, willst du ein paar haben? Nein, danke. Ach, hast du Hunger? Nein. Sicher? Ja. Du kannst doch gerne alle nehmen. Also wir könnten alle Städte ernähren. Alle. Einfach so. Wir könnten jetzt Afrika ernähren. Hast du ihm seine Lederrüstung schon gegeben? Hm? Nein, er hat mir die pinke Lederrüstung noch nicht gegeben. Willst du sie haben? Sie ist bei Rüstung drin. Warte, ich geb sie dir schnell. Dann kaufen wir sie doch noch auf Dettel ein. Danke. Ja. Danke. Hättest du sie jetzt wenigstens noch, äh, Kishi genannt? Ich hab sie gerade erst hergestellt. Ich hatte keinen Bock, sie es nur zu verzaubern. Ich glaub, ich benenn die gleich mit Kirchen. Das ist lustig. Krasse Kisten sortieren übrigens über alles. Nein, ich liebte das. Holt jetzt mal ein Eichen. Holt jetzt mal ein Eichen. Noch mehr, Alter. Wir haben fast... Guck dir mal unsere Eichenholzreihe an. Holt dir aber das Hühnchen an. Wieso ist es hier dringend gespawnt? Weil ich es geworfen hab. Einmal. So, die kommen dann noch rein. Ich hab zwei Boote in meiner Kiste gehabt. Oh, und 62 Eisenbarren. Und dass ich so unwichtige Sachen in meiner Kiste hab. Gut, mein Haus ist übrigens kistenfrei jetzt. Und ich werd jetzt anfangen, das Lagerhaus zu vergrößern. Also brauch ich Werkzeuge. Wollen wir jetzt erstmal schlafen gehen? Ja. Moment mal, ich muss nochmal kurz hier in die Hände. Meine Fresse! Mann, die Maus hängt mal wieder. Brauch ich mal dringend mal. Kauft hier eine. Es wird doch sowieso schon Tag. Sell. Ich hasse Slimes. Guck mal, wie riesig die Flamme einfach... Hast du's gesehen? Nein. Ich vertrüge mich jetzt mit einer Schaufel, weil ich nix anderes hab. Du hast die Schaufel grad schon kaputt gemacht. Ich weiß, ich hatte nur einen Schock auf der Schaufel. Ja, ich hab meine beiden Schwerter... Meine Eisenschwerter sind ja kaputt gegangen, als ich ähm... ...geschlachtet hab. Boah, Alter! Ich hab drei Eisenunterbrechungen. Ähm... Ja, es liegt ein bisschen an der Aufnahme. Gut, die Aufnahme läuft wieder. Ich beende die Aufnahme nur so für fünf Sekunden. Und mach sie denn weiter. Oh, ich hab noch einen Redstone-Scheiße auf Tasche. Wie gesagt, ich fang jetzt auch mal... ...den Ausbau unseres Lagerhauses an. Okay, und dafür muss ich auch noch die Öfen leer machen. Leer, leer, leer. Oh, leer. Gut, dann können wir jetzt endlich mal arbeiten. Jörg, was machst du gerade? Ja, ich bin gerade bei der... ...Baumfahrt. Baumkamerik von mir. Gut, dann brauchen wir... ...Kobbles. Was mach ich denn mal? Und Holz. Oh, gut, jetzt werde ich endlich mal wieder ein bisschen Holz los. Das ist gut. Wer hat Tropenholzbräder zu Eichenholz gepackt? Wahrscheinlich du. Nein. Doch, das würde zu dir passen. Ja, nicht so. Und ziemlich. Überhaupt nicht. Zumal passt. Ach, scheiße, ich brauche ja nur so ein bisschen Bruchstein. Stimmt, ja. Moment. Willst du ein Schutz 1 Buch haben? Ja. Nein, gib mir jetzt nicht schon wieder deine ganze Scheiße. Ich habe dir ein Buch gegeben. Ja, ich muss selbst hier gerade endlos entsorgen. Wie breit ist das Haus? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben plus Holz, dann nochmal so acht. Danke. Eins, zwei, drei. Okay. So. Ach ja, scheiße, die Träger machen wir ja eh mit Dark Oakwood. Dann krieg ich die alle zu. Hallo, sieben. Und hier kommt wieder ein Träger hin. Geh mal Tiere füttern. Schon wieder. Ja. Freddy, lass das jetzt erstmal. Ich brauche Level. Dann geh wie ein normaler Mensch Monster fahren. Niemand macht das. Niemand macht das. Jeder macht das. Nein. Doch. Weil einfach die Tiere viel effizienter sind. Ja. Also wir brauchen niemanden. Das Schwein ist erstmal bei Fischi durch die Hecke gelatscht. Ja, ich hatte eben auch schon eine Kuh im Garten, die ich getötet habe. Oh, hier durch das kleine Loch hier. Wieso baue ich jetzt mit einer Steinschaufel ab? Warum nicht? Dass es eine Steinschaufel ist. Alle Tiere, die du rauskommst, kannst du töten, Jörg. Oh, sowieso die Hälfte leicht töten wieder. Oh, wie das pisst. Ey, das ist ja ekelhaft. Du wolltest dir was überlegen, was du in dem nächsten Part sinnvolles machen kannst, Freddy. Ja, überlege ich auch noch. Aber ich habe irgendwie keine gute Idee. Okay, ich habe immerhin vor, ein Gehege für die Pilzkühe zu machen, aber wir sind es noch nicht ganz schlüssig, wo wir das bauen wollen. Bzw. wo ich das bauen soll. Welche Missionen hast du oder habt ihr denn? Entweder da, wo das Hühnergehege war. Entweder wir teilen dann das Pferdegehege auf, wo dann eine Hälfte zu den Pferden gehört, der Teil vorne. Und der Teil wird dann zu Pilzkühen. Oder wir werden das irgendwo in der Mine machen, weil Pilzkühe abartige, missgeborene Kreaturen sind. Also hier konnte ich waren uns eigentlich so fast eigentlich, dass wir es dann bei den Danks machen, bei dem Checken-Gehege. Das könnt ihr auch machen, aber bitte nicht ins Pferdegehege, das ist scheiße. Wieso? Ich weiß nicht, weil das ein Pferdegehege ist. Da gehören keine dreckigen, abartigen, missgebotenen Touren. Ich hasse Pilzkühe. So, jetzt kommt der Baum weg. Ich hoffe, die spawnt auch ordentlich. Tut er wahrscheinlich nicht, weil das Dach da noch ist. Hm, 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 hm. Was brauchen wir dann? Dark Oakwood. Haben wir noch Dark Oakwood? Wenig, okay. Ich muss ganz schnell wieder meine Sprache umstellen, das ist ja scheiße. Mein Spiel hat gerade richtigen Lack gehabt. Wir sind wirklich richtig schlimm. Okay. Dein Spiel oder der Server mal wieder? Nee, da war mein Spiel. Mein Spiel hat gerade kurz gehören. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Gut. Ach, äh, wie hoch muss ich denn die Pfeiler noch machen? So hoch, okay. Ja, es reicht jetzt, äh. Ich habe jetzt ein ganzes Eisenschwert nur für Tiere schlachten. Benutzt. Warum machst du das auch? Was? Ach, Tiere schlachten, nur weil du Level brauchst. Was soll ich sonst machen? Denkst du, ich gehe jetzt wirklich ernsthaft Monster auf Farmen? Ja. Was komplett ineffizient ist? Wir haben aber genug Tiere. Was? Wir haben aber genug Tiere und wir haben auch genug Fleisch. Ja. Wir brauchen eigentlich weder Fleisch noch Tiere. Ja, deshalb tötet die jetzt ja auch. Ja, dann haben wir weder Fleisch, was wir nicht brauchen. Ja, und? Wir können sie irgendwo lagern. Und was ist das Problem damit, dass wir zu viel dann haben? Na ja, wir müssen keinen Platz irgendwann mehr haben. Ja, und? Dann schmeißen wir es weg. Dann leben wir in der Wegwerfgesellschaft, das ist auch scheiße. Hä? Du willst nur nicht, dass ich mehr Tiere mache, weil es dann laggt, oder? Ja. Ich habe keinen Bock auf Lags, Mann. Ich kann so schon kaum in meinem Haus existieren. Ja, ich töte doch deshalb die meisten Tiere. Ich töte alle. Nein. Lass da irgendwie noch so zwölf Viecher drin rumfiekeln. Aber ich habe keinen Bock auf Lags, Mann. Das ist so schlimm. Du warst noch nie bei mir im Haus. Mit meinem PC. Das geht gar nicht klar. Aber überhaupt nicht, ey. Das ist so anstrengend. Haben wir noch Slabs? Ja, so ein paar. Ey, das ist schon ganz geil im Lagerhaus zu arbeiten. Dann hat man schon immer alles, was man braucht in der Nähe. Das ist total toll. Ich finde das super. Dann kann ich ja nur noch effektiv Level fahren, wenn du nicht auf dem Server bist. Wofür brauchst du jetzt eigentlich gerade die Level? Wolltest du noch eine Spitzhacke machen oder? Einige eine Spitzhacke oder ein Dengsen-Schwert. Ah, okay. Jetzt mal die Monsterfalle ausprobieren können für Levelfahren. Oder ich gehe Tiere schlachten. Also du kriegst ja mit einem Gehege schon fast 30 Level. Du kriegst mit einem Gehege ca. 20 Level. Nur durchs Füttern. Wie viel kriegst du dann nochmal durchs Schlachten? Naja, also durch nur Füttern kriege ich meistens so, keine Ahnung, 15. Ja, okay. Doch, 15 bis 20 Level. Kommt halt drauf an, wie viele Tiere ich gerade habe. Und ja, dann, weiß ich nicht, also, dann krieg ich meistens noch so 10 Level durch das Schlachten. Also wenn ich, also wenn ich, so wie mein Schweinehege, was, also das, wenn ich das richtig komplett voll habe, dass es die ganze Zeit laggt, also Server lags, nicht PC lags bei mir, dann krieg ich so 25 Level, weil ab Level 20 steigt das ja so extrem langsam. Ja. Also wenn du schlachtest. Ja, mit, also Füttern und Schlachten halt. Ja. Oh Mann, ich buche nur einen Scheiß. Und halt normal kriegt man so, mit zwei Gehegen, so, kriegt man dann meistens schon die 30 Level. Aber ich habe auch ziemlich viele Bücher investiert noch. Ja. Wie viele Bücher hast du eigentlich noch in deiner Karte? Oh, Rückschluss 2, verdammte Scheiße. Das verbrenne ich jetzt. Was denn? Ich habe, ich habe jetzt ein Schwert mit Level 30, weil es auch hat und habe einen Rückschluss 2 bekommen. Das ist gut. Warte ich schon mal. Das finde ich lustig. Oh, lustig. Ich würde mir stinken, wenn ich du wäre. Ach, ich habe doch Schwarz-Archeneins dabei. Was mache ich denn hier? Ist es Nacht? Nein. Du hast keinen Bock auf Nacht, ey. Wieso? Macht Scheißes? Wertvoll. Nein. Nein, nein. Ach, Mann. Ähm, Jörg, hast du nicht eigentlich eben die Baumpaar abgefärbt und Schwarz-Eichenholz auch gefällt? Hast du es noch auf Tasche oder wo ist es? Nö, aber nicht Holzkohle von mir. Von Schwarz-Eichenholz. Nein, nein. Ich habe die Schwarz-Eichenholz gehabt. Ich habe doch eigentlich in die Kiste gepackt. Da war nur ein Steck. Da war auch nicht. Oh, dann habe ich auch nicht gehabt. Ich habe doch nicht, wer weiß, wie lange wir fahren. Nur, dass ich meinen Hausdaten bauen konnte. Okay. So, jetzt muss ich hier das ganze Dach wieder abbauen. Also du bringst gerade Nacht. Och, nö, da muss ich auch ein neues... Och, nö. Och, Mann. Och, nö. Wir haben übrigens ein bisschen... Ich habe jetzt so gut wie den ganzen Clay gebrannt mal. Okay, gut. Weil ich brauche den gleich. Da ist ein Baumaterial. Ja, ich sehe es schon. Das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Nein. Das ist alles Clay, was es gab. Nein, ein bisschen was ist noch. Das haben sie. Wow. So. Dutch Clay. Braucht jemand von euch Fleisch? Die Antwort, die wir auch wissen, ja. Ich brauche den ganzen Button. Hat jemand von euch Hunger? Ja. Was möchtest du denn haben? Jetzt nicht mehr. Ich habe gerade gegessen. Okay. Ich habe selbst noch ordentlich zu essen dabei. Möchtest du mehr haben? Nein. Na da. So, habe ich eine Fackel dabei? Ich habe natürlich nie meine Fackel dabei. Ich habe eine Fackel in der Werkzeug genommen. Na? Ach doch. Ich will kurz. Ja, ich habe ein paar Fackel gemacht, bevor ich in den Wasser gegangen bin. Aber es schnappst du Rüstung an? Danke. Wann machen? Wann machen? Wieso passt denn das hier? Achso, weil ich da die Wand noch nicht gemacht habe. Shit. Okay. Jetzt hat der Lagerraum steht. Okay. Möchte jemand eine schwarze Rüstung haben? Ja. Leder oder was? Ja. Ja. Das muss ich pinke haben. Ich bin aber schwarz. Ich muss die schwarze Rüstung anziehen. Dann pack die Pinke in die Kür. Ey, die sieht sogar ganz geil aus. Ich pack die in Rüstung. Wir sollten uns so als Power Ranger verkleiden dann. Ja, unbedingt. Oder wir lassen es. Was möchte Jörg für ein Power Ranger werden? Der Blaue. Und was werde ich? Weiß ich nicht. Der Pinke? Die Rüstung liegt drin. Öfen? Wo kommt die hin? Also baust du hier nur welche hin, dann oder nicht? Ja, da hinten wieder die Ecke, wo sie waren. Packst du jetzt welche? Ja, genau. Ich will die Öfen auf den Holzlot ziehen und zieh das Holz nicht raus. Ich hab hier keine Kohle-Matte hier. Ich hab Kohle-Matte. Das zum... Wo ist der Ofen hin? In meiner Hand. Wieso? Nein, du hast ihn kaputt gemacht. Was zum... Du kannst doch nur drei Öfen hinbauen, wenn das besser aussieht. Jemand hat jetzt kein Problem. Nein, wir brauchen vier. Und, der Timer läuft gerade ab. Ich hoffe, der Partei hat euch gefallen.